Hallo, heute spielen wir noch Master Builders bzw. Build Battle mit den Toops. Master Build Battle. Was gibt's da für Dings? Machen wir irgendwie. Kühlschrank, Ameise, Donuts. Ich hab Kühlschrank. Ich nehm Ameise. Ich hab Kühlschrank. Okay. Kühlschrank, okay. Kühlschrank hat, ich glaub, auch schon mal einen meiner Videos. Okay, okay. Dann lass ich hier einfach Quarz, würde ich sagen. Oder bauen wir es in der Küche. Bauer du einfach ein Ding. Ja, mach mal Quarz hier. Dann brauche ich mal hier den Herd oder so. Mach du den Kühlschrank, mach du den Kühlschrank. Okay, okay. Ich mach so einen Mülleimer. Genau, dann brauche ich, ähm, erst noch mal, da gibt's ja so ein Dings. Äh, so ein Dings. Ja, gute Worte, ja. Genau, Terrakotta, Terrakotta, so. Da gibt's nämlich Terrakotta, was soll ich denn nehmen? Genau, Grah, dann nehm ich so Grah. Ich mach so nämlich so ein Grah. Mit so Doppeltüre, beziehungsweise so ein Dings, Kühlschrank. Jetzt gibt's da Glas, brauche ich noch. Sag ich bei hier den Kühlschrank dabei? Was machst du denn für einen Kühlschrank? Machst du so einen typischen Kühlschrank? Ne, 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 so ein richtig groß mit so zwei Türen, verstehst du? Äh, okay. So ein Metall-Kühlschrank. Äh, mit was? So ein Metall-Kühlschrank. Kennst du nicht? Da wo man auch so Ass-Dings runterdrücken kann. Oh ja, so ein Ding will ich mir in real life. Das ist richtig cool. Wenn ich's mir irgendwann leisten könnte, will ich mir so ein Ding in real life zulegen, Alter. Das wär das allercoolste. Weiß nicht. Ich seh mal die Dinge am Elektronikladen stehen und denk mir so, Alter, so ein Ding wär schon nice. Vom haben her wär das schon lustig, so zack, zack, zack. Aber das ist aber so richtig groß. Das ist praktisch der Doppelte. Das ist praktisch der Doppelte. Da kannst du auch kleine Getränke unterbringen, weil du hast deine Getränke immer gekühlt. Und wenn du die Eiswürfel da drin hast. Ja, das ist richtig cool. Dann stell ich mir richtig geil vor. Ich glaub ich bau ein bisschen zu groß, oder? Ja, mach einfach, mach einfach wie du richtig denkst. Hier ist dann so ein... Ich mach mal die Hälfte hier. Wir haben ja noch, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können ja den schon groß machen. Hier kommt da hinten so... Ich mach so ein mittelgroßer. Weil ich hier so... Das ist das Symmetrische ist. Da mach ich hier die Salz, Salz, Salz. Was brauchst du grad eigentlich? Ich mach den Mülleimer. Den Mülleimer. Also... Ja. Da, 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 da. Eigentlich müsste ich jetzt so was schreiben. Da hier könnt ihr eure... Eure gebauten Sachen abgeben. Muss doch das so... Die würden die super kacke, die würden super kacke geben. Aber das geht super kacke. Ich muss dann auch so Village reinhauen. In den Papierkorb. Also in den Mülleimer. Ja. Also... NPCs. Soja. Ist auch cool. Es wär auch cool, wenn wir uns so ein... Äh... Auch cool, wenn wir uns so ein Skin... Also praktisch so ein NPC praktisch. Mit seiner eigenen Skin-Rab machen. Ja, äh... Was könnte man denn? Äh... Warte mal. Hier mach ich... Ich mach einfach mal... Soja. Iron... Warte mal. So, zack. Und kann man das so machen, dass es oben platziert wird? Nee, oder doch? Also... Seile da von... Von den Cop-Webs. Wer ist denn die? Seile von Cop-Webs? Hä? Wenn du die Cop-Webs abholst, kriegst du die Seile. Wie heißt die? Äh... Cop-Webs... Strings? Strings. Genau. Strings. Kann man nicht platzieren und schau 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 schau. Kannst du Boden darunter platzieren, nachher kannst du es so machen. Dann kannst du die nämlich dran bauen, mehr oder weniger. Okay. Oh oh. Nee, das haben's... Das haben's bugfixed. Eigentlich geht das, aber... Ich glaub wegen Bugs oder so haben sie's weggemacht. Hä? Warte mal. Warte mal. Geht das? Generell rollt der jetzt sogar drum. Hä? Oh oh. Ja, die heulen... Wow, die heulen da richtig rum. Warte mal. Mach mal... Ja, mach mal mit... Irgendwie, keine Ahnung. Oder mach mal Slaps, mach mal Slaps, genau. Slaps, 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 Slaps. Hier, kommt dann hier so was hin. Die kann ich auch nicht dran. Hier ist das... Okay, warte. Aaron. Ist das für ein Bugfix oder so, dass das nicht rumbuckt? Weil die reißen ja vollkommen und die haben ja alles weg da. Das ist... das ist gemeint. Ich glaub wir sollten uns jetzt nicht so lange... Mach einfach schnell das Gehäuse. Wir müssen einfach gucken, dass wir... Ja, ich mach schnell. Dass wir den Innenraum rein gut darstellen. Ja, ja. Wie kann man denn hier... Mach ich hier so? Äh... Zack, 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 bla bla bla. Mach mal hier so. Ich mach hier so eine offene Tür, wenn du weißt, was du meinst. Ähm... Ja, ja, ja. Ich weiß schon wie du's meinst. So, zack, zack, zack und zack. Ist das hier zu? Ich hab eigentlich... Ich hab eigentlich früher richtig viel Master Builders gebildet. Also beziehungsweise so Build Battle hier. Nein, hast du nicht. Ich hab auch richtig viele Winzer in dem... Äh... In dem Ding, in dem... Auf dem Server hier. Das glaube ich dir nicht, du lügst. Äh... Äh... Ja. Achso, stimmt. Ja, ja. Kann ich auch so machen. Lalalala. Oh, oh. Zeit wird knapp, glaube ich. Ja, das kann vielleicht sein. Ähm... Alles... Das... Ja, das Ding ist halt so... Slaps. Man braucht mal bisschen Vorbereitung bis dahin. Und hier platziert. Oh nein. Sag jetzt nicht, dass es... Ja. So. Zack, zack, zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und äh... Oh, oh. Warte mal. Komm. Hier. Da drauf. Und... Kann ich erst da dran platzieren. Oh, oh. Kann man natürlich nicht. Äh... Slap. Ich mach auch hier so. Da drauf. Ah. Okay, ich mach's ganz simpel. So. Dann mach ich... Hier auf die zweite Tür. Jo. Ich hasse dieses... Ich hasse manchmal diesen... Okay, ne, 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 ne. Warte. Ich brauch gleich... Bisschen größer noch die Tür. Oh, wie kann man denn... Kann man irgendwas zu essen gut darstellen? Ah. Ja, ich... Ich weiß nicht genau, was... Wie soll ich denn... Einfach ein Steak oder so? Äh... Ein Steak. Irgendwie einfach... Ja, das sagt... Das sagt dich so einfach, weißt du. Äh... Warte mal. Ich hab glaub ne Idee, wie man das... Relativ gut hinkriegen könnte. Ich baue hier kurz noch das Gehäuse hier. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Äh... Zack, zack, zack. Äh... Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Oh, oh. Äh... Komm, komm, komm. Äh... Äh... Köpfe... Farbe... Äh... Weiß... Danke. Oh, oh. Nein! Ganz eklig. Ich... Ich vergesse jedes Mal, wenn man shift... Äh... Dingensmuster, dass man das nicht in der Hand... Oh, mein Gott. Äh... Ich hab einfach mal so ein Hähnchen erstellt. Einfach auf gut Glück und hoffe, das sieht gut aus. Ähm... Ach, kacke. Oh je. Ähm... Ja, ich glaub, dass das ist... Ja, wir hätten uns eher um die andere kümmern müssen. Egal. Ja, gut. Schotter, 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 Diense. Okay, das ist Steckdose. Das ist ja auch echt gedänglich. Oh, man hätte mit den... Oh, ja. Da hab ich dann nicht dran gedacht. Ach, das stimmt mit die Köpfe, gell? Ja. Ja, gut. Aber der hat einen kleineren Ding sind's gemacht. Ja, aber das ist... Das ist ja kein Kühlschränk. Was und das? Äh... Das ist... Der wollte, glaub ich, ne Küche machen. Ich glaub der... Oh, lol. Aber der hat die Tür... Hat er gut gemacht irgendwie. Ja, ja. Was ist das? Okay, lol. Das... Okay. Die Tür... Es ist nicht fertig geworden. Deswegen krieg's Pup. Ab... Oh, der hat hier... Lol, der hat Apfel, ja. Ja, ist halt nicht fertig geworden. Was ist das, ja? Es sind alle richtig viele, die nicht fertig geworden. Die sind auch nicht fertig. Ja. Na, doch. Mehr oder weniger mit Kühlschrink sind wir fertig geworden. Aber mit ihnen nicht. Es geht, es geht, es geht. Ich sag, okay, ja. Okay, ist auch... Lol, ist das? Okay, das? Ja. Der Kühlschrank ist schon ein bisschen... Ja, das klingt gut. Das geht's okay. Hm, es geht eigentlich. Man kann sagen, was man will. Es geht. Er hat sogar eine gute Flasche gekriegt. Lol, eher gut. Kein Inhalt auch. Ja. 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 Es kriegt ein okay von mir. Ist halt ein Kühlschrank, dass es geht. Hä, was ist das? Ja, okay. Ne, das. Es kriegt ein Pup. Äh, ja, es kriegt ein Legendary. Wollte ich ein Gräselchen Derrick geben. So, was ist das hier? Okay, der hat... Einen richtig... Okay, der... Was ist das? Okay, der... Der hat gar nichts gemacht, irgendwie. Super kack. Hä? Wie mach ich? Guck mal, das? Es ist eigentlich richtig cool. Mit so einem Schicken. Das Essen. Ja, so ein Schicken. Ich hoffe, ich habe das gut hingekriegt. Ich glaube... Oh, die meisten machen gut. Die meisten haben gut gemacht. Oh, wir gewonnen! Was? Was? Okay. 80 Punkte. Wir sind bei Weitem. Ich bin bei Weitem. Yo! Ja. Ja. So, Narru und... Narru und das Glück. Okay, was gibt's da? Goat? Ne Ziege. Ja, hast du das nicht auf Deutsch gestellt? Schaf, Ziege, Stiefel... Okay, ich habe das... Land of Englisch. Okay, was gibt's da? Schaf, Kabine, Boot... Ich habe für die Ziege. Okay. Wie kann man eigentlich voten? Ich muss einfach draufklicken. Okay, Schaf. Einfach draufklicken, ja. Schaf. Ich mache die Ziege eigentlich dasselbe? Bis auf, dass die Hörner haben. Ne, lass... Lass... Ja, also... Man könnte... Mach mal den Boden irgendwie Gras. Ja, man könnte... Man könnte eine Ziege machen. Ich meine, äh... Du machst... Du machst die Ziege. Ich mache das drumherum. Ne, ich mache... Ich mache das Schaf. Wir machen einfach ganz normales Minecraft Schaf. Ja... Bist du dir sicher? Willst du ein ganz normales Minecraft Schaf machen? Ja, wir machen ganz normales. Jeder ganz normales Minecraft Schaf. Dann mach aber eins, wo man reingehen kann und rausgucken. Dann mache ich hier... Dann mache ich den Sound, mache ich das drumherum. Ich mache das so... Das ist so ganz florschig ausschaut irgendwie. Ah, zack, zack, zack. Ist das auch genug für das Schaf? Ja, denke ich schon. So, hier... So, hier... 6 Minuten Zeit. Sollte ich passen hier. Mit der Zeit. Ja, ich mache hier den ganzen... Ah, lass mich das so platzieren. Aber ganz früher haben wir auch über die anderen Felder rüberschauen können. Dann die meisten... Geht das immer noch? Geht das immer noch? Weil man wird irgendwie zugeportert mehr oder weniger. Also... Hier... Kann man rübergucken. Achso, hier? Ja, ich meine ganz oben... Einmal fast drüber fliegen können. Und man ist praktisch... Achso, ja, nee. Ganz früher, da haben so viele Leute einfach von der anderen abgeschaut. Das ist ein bisschen dumm. Ja, gut. Aber wenn die jetzt... Das ist... Ja, das Abschauen bringt aber nichts. Ich meine... Ich mach kurz hier. So. Ich mach einfach mal so straight up durch. Probier das Schaf so einzudingsen, einzukasseln mit dem ganzen Gedöns. So, ich suche hier. Oh, zack, zack, zack. Scharf. Oh, oh. Ähm, hier mach mal jetzt so'n... Mach mal das hoch. Und hier mach mal das auch. Ich mach jetzt nicht... Ich mach jetzt nicht so'n Dings. Das ist so'n großer Schaf, oder wie machst du das? Hä? Wie machst du das? So, was machst du grad? Was brauchst du grad nämlich? Ich mach grad so'n Zaun. Zaun, Zaun, Zaun. Ach so'n Zaun, okay lol. Ja, damit... Damit... So weißt du, so dieses ganze drumherum. Ja, ja, ja. So'n Stall und sowas. Ja, so'n Stall, ja. Oh, oh. Das ist scharf statt so dumm aus. Aber egal. Ja. Ich mach das schon. Ich glaub wir kriegen das schon hin. Macht's irgendwie noch höher. Machen wir das so, dass man so reingehen kann und weißt du, so das Leben eines Schafs. Und dann machst du so'n Gehirn, mach dann so'n Frame, wo Gras ist, weißt du? Du musst einfach nur so'n Zwei Augen oder so'n Köpfe, wo sie einfach nur aufs Gras schauen oder so. Ja. Ja, boah, ich... Oh, lalalala. Buhuuu. So, hier, passt das so. Zack, 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 zack. Ganz richtig, aggressiv schon. Ja, das, das zack, 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 macht mich aggressiv. Aber gibt's nicht, gibt's nicht eigentlich irgendwie die Möglichkeit irgendwie so, äh, Dingensens? Was ist scharf? Das war ich nur mal eigentlich im Kopf. Ist sie schon fertig? Backcrap, Partikel, äh, Safeloader. So'n Stück Flasche, Biom of Things. Gibt's nicht noch irgendwas anderes? Äh, Suche, Banner, Pro. Boah, es gab doch irgendwie noch Pro-Werkzeug irgendwie hab ich gesehen. Pro-Werkzeug? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Geht's nicht wirklich? Okay, nehmt. Äh, mach' ich, mach' ich hier für das... Bone-Mehle, Bone-Mehle? Ich einfach mal den ganzen... Bone-Mehle? Ja, Bone-Mehle. Daaa, hier, da-da-da-da-da-da-da. So, hier, zeigt... Jetzt mach' schnell hier den Korb. ja mach schnell mach mach schnell was du kümmern du dich das um das ganze drumherum ich mache noch einen trinknapf wo es raus hier kann vielleicht gar nicht so weit aus wir brauchen nachher noch köpfe in wem die augen und sowas kannst du ganz schnell das zu machen wird aber auch mit bannern kannst du so machen ich brauche jetzt so oder irgendwie so war bei euch quarts oder so gleich eine richtig gute idee ob sie es gerade weg hat quarts und genau serracotta bräuchte roten und ich habe so ein dings manche irgendwie auch so ein ohr also nur deshalb das ist egal ich muss noch so ganz normal ja genau ob das gut ausschaut aber es sollte schon passen doch schon nicht so schlecht aus da hier dann so dann so dann habe ich das so dann so sieht aus wie so ein alter man vorne bin im bart ja es könnte aber auch als wenn das ist das ding wenn es jetzt als ziege angezeigt wird beim englischen dann machen an die eigentlich einige eine ziege hin aber wenn es dann als deutsch angezeigt würde machen einige ein schaf hin und ja dann ist das ein bisschen problematisch ja ja die anwesenden aber mir soll es egal sein soll schon passen nicht das schaf ein bisschen dickes schaf manche noch mit körper ganz schnell der customs geiles was geht denn da animals warte animals doch ich brauche zurück du musst Farbe, du musst Farbe, du musst Farbe also warte ja du kannst einfach Farbe dann kannst du so knopfaugen machen weißt du das ist meine diese typischen schaf knopfaugen water das sieht richtig cute da schau mal schau mal ganz kurz ich bin gleich fertig ich gucke gleich ich muss nur kurz diesen ding knapf fertig machen so hier kann das ding so muss da äh kann man noch so ne denkblase machen wie es zum beispiel ein ding so denkt äh könnten wir eigentlich aber warte ich baue das oder mach du mach 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 ich mach den mund geh du äh mach du vielleicht so ne denkblase ich hab den mund schon ich hab den mund schon passt schon passt schon na mach ich eigentlich ne denkblase warte ich mach mal ich mach ich zeig dir mal wie man das macht ja warte ich mach mit schnee mit schnee mache ich denkblase äh rot das so und zack ne dann sieht es aus wie ein killer sieht es aus wie ein killer ding und so da was willst du denn sprechblase machen oder wie willst du das äh ne denk keine sprechblase sondern denkblase so 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 dass man so äh gras reinmacht weißt du das meine ja warte ich hab ne idee ich hab ne perfekte idee lass mich einfach mach frame also ich hol frame ne kein frame kein frame kein frame ich hab schon ich hab schon warte ne schnell beeilig beeilig oh oh wie ein ganz schnee ist ich mach zu kurz als quarts einfach ja warte ich helfe dir schnell 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 ok ich hoffe es passt ok doch es passt es ist so gut geworden es ist richtig gut geworden ok im minecraft kit ist er ne so mit so ner Brille das kriegt n gut das kriegt n gut das ist richtig cool oh oh ok das ist super fun das ist legendär jeder gibt n super pup lol das ist so ein Grasding so ein Blatt am Kopf der eine Typ was ist das oh mein Gott das ist das ist richtig wo ist der Kopf alter deshalb wäre der Kopf abgefallen der den Kopf im Körper lol das ist cool mit so ner gut der Augen es kriegt n ok für mich gibt es n kaka ok das what the hell ja die machen das die machen das alles mit die Banner aber irgendwie ne Banner finde ich nicht so cool mit Köpfen witzige Knopfhangen finde ich richtig cool ok also der Schlaf ist so dick dass der Boden verstehst du der Schlaf ist so groß ok ok ist noch ok das kriegt n super pup so irgendwie bewegt dich keiner mehr bei mir hallo bei mir auch nicht oh oh eh oh oh connection was oh oh sorry we're put in the build what so wir schauen jetzt so aus dass der Server gecrashed ist oder so ähm so das ich glaube unser Schlaf war einfach zu toll für den Build Battle Server und ja das war's für die Folge und tschau und ja Untertitelung des ZDF, 2020